Ah, hier ist sie noch weg. Wie du meinst? Schau mal, ist der Opa alles aufgebaut, Herr Leopold. Da kannst du jetzt den Schlafanzug anziehen und dann kannst du da mal aufs Bett krabbeln. Jetzt bist du bereit, Leopold. Der Tennis ist noch im Bett. Leo, bleib da, bleib im Bett. Der Leopold ist... Der Tennis ist noch im Bett. Komm zum Opa! Rumpf mal rein ins Bett. Rumpf noch mal rein ins Bett. Er fließt. Er ist noch nicht. Er ist noch ein bisschen. Auuu. Ja! Klasse. Das war's für heute.